vorma hallo vorma transformer was macht ihr da ich trau mich gar nicht alter was macht ihr da der pimmel hier wie heißt der steht einfach nur dem nicht da rum glanz parade das ist das erste oder sich das so gemacht den habe ich gesagt gekriegt hat mein porsche genau so lackiert der arsch na weg weiter klopft achte mich in der luft weggepimmelt was mache ich da ich bin die ganze zeit hier mitgekriegt ich kriege jeden perfekten fuß von deichmann arbeiter alter dass ich den so gut gekriegt habe nicht schlecht er muss sich da aber rein kommen wir wollen ja 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 super super war auch er als von angedacht hätte ich nicht mitgewinnen dupes wo er kriegt obo aber durchgerast jester pester waschen so werden war der vorhin eigentlich kann aber das bestimmt weil es bestimmt Oh, der kommt runter, ich hab, ähm, ähm, einen Pox-Handschub Okay, dann lass ich ihn Oh, was war das denn? Komm, hau ihn auch! Oh, Alter, ich hab gedacht, der andere kriegt den da, Alter, ich war richtig irritiert, Alter Alter, Schwede Das Auto wurde immer größer da in der Luft, Alter Ja, ja, ja Ui Alter Das war so gut, dass ich das so war Ich hab auch wieder fast gegen den Sack gekriegt, Alter Alter, das ist ein geiler Boot Nein, das war ungünstig Mein Glück sind das keine allzu offensiven Spieler, Alter Alter Verdammt Scheiße Boah Mist Ich kann nicht mehr mit dem, äh, Wirbelsturm aufgehen Passiert, Junge Darf aber nicht Ich bin, äh, ich bin ein einzelner Wirbelsturm nicht Nein, wird ihn eingefroren Welcher Arsch war das? Ich war tot, diesmal weiß nicht Alter, ja, guck, da geht's aber nicht mehr Ja, Alter, das finde ich komisch Da geht's bei mir nicht Was muss man so eine Parade macht Da ist mal selbst eine Parade, du Spacken Mal erzähl, irgendwas Ach, das ist unser Kollege auch noch Spacken, sitz, nee Ich hab da gerade beide weggeräumt geholt Ach, scheiße Am nächsten will ich jetzt, äh, äh Boah Ich wurde noch da getauscht, Leute Was war das denn, Alter? Oh, was Ähm, sagst du? Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen Ich dachte, ich wollte Ja, sorry, ich hab dich nicht gesehen Entschuldige Ich hab dich nicht gesehen Ah Oh, das war schade Das war ultra knapp Hä? Wieso? Nein Wenschen? Du bist raus Wieso bin ich raus? Du bist weg Wo? Ja, du bist Ja, du bist weg Hä? Du bist weg Wer ist? Ich? Also niemand ist weg Hä? Hä? Doch Unsere Gruppe ist aufgelöst worden Du bist aber noch da, hä? Ja, ich bin in der Gruppe Du bist raus wieder Aus der Gruppe Aber, hä? Okay, machen wir das Spiel noch zu Ende Und dann, äh Das ist, hä? Hä? Das sah so aus, als ob ich dich da hingeschossen hätte Wieso, ist ja komisch mit der Gruppe, wa? Ja, ich... Die Gruppe wurde aufgelöst, weil du nicht mehr mit dem Steam verbunden bist Äh, was? Oh, hab ich Steam gerade Probleme? Du hast das Spiel auch verlassen Ach ne, das Team verlassen ist ja komisch Ja, ja, nur das Team verlassen Tatsächlich, ich bin offline Ja, egal Und das muss Steam sein, weil ich hab ja Teams weg Ja, ja Wartungsarbeiten für sp... Wie, warte mal, wie spät ist das? Ja, Wartungsarbeiten Garantiert, ist null Uhr Oh, was? Ammonack! Oh Wow, shit! Alter! Ja, geil getauscht Oh, ich merk schon, ich werd wieder lauter Oh, weil das geht ja noch Weg mit dir Oh AUS Hat er extra Mann Ich hab' eben was wir nicht mehr liebe Ich hab' ich Öylecera Ich hab' ich 아니' den gast Ich hab' nie jemandem mer collectively mächter Es bauil Es bauil Insomma, wo zum Hauptmodell Ja ja sieben minuten scheiße aber jetzt ist wieder das spiel online ja ja dann ich habe mich schon erschrocken wir auf einmal warst du weg hast du eine nachricht gekriegt ich habe hier später gekriegt viel später ja ich muss ich musste auf ok klicken ganz komisch also das haben wir recht zum ersten mal der ganzen 500 folgen nein nein sorry ja sorry ich habe wieder gedacht das wäre unser tor aber das ist sauber abgewehrt ja gewonnen jetzt gibt's die kiste alter ich schaff das immer wieder auf der nase zu landen weiter zehn sekunden gespielt hat 80 punkte du hundert punkte läuft weiter alle weg ist das wahnsinn nicht so von hier aus ja ja was wird das denn weiter beitritt läuft ja alter what the fuck beitritt was ist jetzt kann sein dass er beitritt läuft nicht ok schauen wenn alter in welches spiel wären wir dann reingekommen wenn ich jetzt weiter suchen lassen oder weiter weiter laufen lassen ja guten tag wow das war knapp oh kein problem alter nein ich wurde von irgendjemand weg und der fehler war das vergessen das springen wollte als der pampel dran war Ich hab noch kurz den Kopf rasiert. Erstmal Haarwäsche machen. Grün gefärbt. Yeah. Alter. Was ist ja noch Ronaldin? Ja klar. Was macht der da? Oh, der muss man nur eine Vorlage machen. Der ist auf mir gelandet. Das ging schnell. Ja, weil er... Boah. Weil er im Prinzip auf mir gelandet ist und ich ganz einfach... Ja, aber trotzdem alter hat sich der abgeprallt und hätte irgendwie geweint. Ich hab noch mal... Trompern hat es. Trompern. Ich bin Trompern. Das war gut. Das war gut. So konnte ich gut reagieren. Penner. Alter. Boah, Alter. Alter, wieso schwirrst du immer, wenn ich ein Torchi gehst? Nee, ich hab jemanden schon gebraucht. Achso, hab ich jemanden weggekündigt. Oh, also. Was, Batman? Lass da, ich bin nicht Joker. Habe ich gerade ein Batman-Fahrzeug weggehauen, ne? Kann sein ja geil. Aber ich bin nicht Joker. Ja, stimmt. Aber ich glaube, da gibt's ein Batman-Auto. Ich glaube, den Batman-Wichser habe ich gerade weggewichst. Aber ich bin nicht so, wie ich ihn nicht so weit weggekündigt. Oh, äh... Ben? 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 Ne? Alter 1080 107KmH. Respekt. Ich 풀 Botta. wer ruppelt du? ruppelt du? ja ruppelt botter schade nein das war mal nicht allzu stark von ihm ach so ehrlich hör mal ich meine so'n Lärm ach so schreuer alter der heißt irgendwie oh wie hieß der Hubertus glaube ich Hubertus irgendwas alter äh ach so schreuer? ja das kann er gehen das ist nur sein Künstlern aber Bild hat ähm Rechtsstreit gewonnen weil Bild hat ihn sozusagen irgendwie ein Gerichtsverfahren oder so von ihm gesehen und da stand drin dass er so und so heißt er kam zwar in Atze Verkleidung so nochmal aber er heißt halt Hubertus irgendwas wenn ich Hubertus heißen würde würde ich auch erst irgendwie lieber Atze machen super super schade verdammt genau von meiner Fresse alter den krieg ich nicht den kriegt er der hell so reingekrügelt ja sah auch super aus vor allem in dem Moment wo du es gesagt hast da mach ich auch sogar nur von vorlagen so ne der geht nicht rein aber ich hab Stacheln oh schonas die ich aber nicht mehr brauche hamenthalter neu eingefroren Fluch w necessitar cement mTeравactive ja nochmal schnell 50 Punkte abgesaugt kopf wieder im kopf tanzende können muss mit faust gottes wie viel kam ab 137 we are back in business nein warum habe ich nicht bewegt was macht er da spiel getreten k k Ich weiß nicht, das geht nicht, Alter. Geil, ey. Das geht echt nicht. Geil, ey. Das ist ja fett viel Pommes, ey. Eine sehr fettige Pommes hat das Spiel gekriegt. Der Text ist von alleine. Das passt so geil. Alter, ich wär Prägelechter. Scheiße. Aber ich grad ein bisschen über vorne. Schön, fettige Pommes. Äh, rocketier davon, ne? Ja, das war ich. Das war ich. Das passiert. Fettige Pommes bleibt da. Das ist glitschig. Aber lecker. Alter. Alter. Scham. Fast noch gekriegt. Pommes. Voll so Ablenkungsmanöver. Ja. Aber hallo. Alter. Alter. Du hast uns da hängt. Nee, nee, nee. Ich bin nur sehr ungünstig geflogen. Ich hätte den Fassenraum rausgekickt. Oh, doch. Du hast mich ein bisschen gestriffen. Alter Schwede. Danke. Alter. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Das war doof. Hä? Oh, schade. Wie ist der nicht reingegangen? Oh, der kommt ganz dämlich zurück. Alter. Wie ist der denn nicht reingegangen, mein Schuss? Äh, da war noch irgendwas dazwischen. Pömpel, glaube ich, auch noch. Harte Nummer. Ein sehr fettige Pommes, ey. Oh. Zum Mitnehmen, bitte. Einmal mit Mario, bitte. Einmal mit Mario. Pommes Mario, bitte. Hehehe.